Kann ich immer noch Leute one-shotten? Hehehehe Kann ich landen Kann ich ja Du hast ja eine neue Ult bekommen jetzt Ja, ein neues relativ Ja, überarbeitet Ja, ich find die aber sehr viel cooler Ja Ja, Jogi, die Effekte sind so gut Bäh, cool Denk ich hör Steps auch über mir Was? Ich find das in Yathas Aufwärtsschutz ist viel Unprezizer geworden Keine Ahnung Ja, gut, das ist besser nicht, aber das ist das Wenn ich aufwärts, wusste ich eigentlich immer, ich schieße alles gleich rein Das ist gar nicht No, ich werd zu sterben Aaaaaaah Man, ich war grad voll verwirrt von der Ult Hehehehe Ich will eins gewinnen, aber es sieht nicht so aus als Alter, jetzt Ulti und jetzt sind die alle weg Ja, okay Ja, Digga, wie kann denn jedes Mal Mein Gott Ja, aber muss ich auch mal drunter verlieren Ist Moira schon reworked? Hat die schon hier reworked bekommen, die Moira? Nee Du warst ja schnell weg Ja, ich hab Ich hab, also ich war doch nicht mal da eigentlich Der hat mich einfach gekrustet Wir sehen, Gottlos hat der Hanzo, war das, oder? Ja Der triggert mich auch Digga, Junkerqueen ist so ein dünner Tank Genial, die neue Meta Basiert ja jetzt auf Nur einem Tank Und deswegen ist die noch stärker geworden Aber wenn ihr nur zwei Tank spielt Okay Leute, jetzt müssen wir mal ein bisschen Ich weiß nicht Wieder so durchgelaufen, Alter Holy Shit Fuck off, Winston Fuck off Schön, schön Oh, was hat er nach dem Diener da, Alter Uiuiui Ich finde die Junge, die goldene Waffe glänzt so viel schöner als im ersten Teil Kann es sein, dass ich scheiß Grafikeinstellungen einfach hatte Oder ist das Game einfach schöner? Ich werde einen Gebackstab von Hanzo Nope Der wollte grad ulten Hanzo stand grad hinter uns und wollte ulten Und ich hab ihn weggehuckt Und hab seinen Dings unterbrochen Zeit abzurechnen? Wessen ult ist das überhaupt? Ähm Aber ich find's Ich find meinen neuen rework ja mega schlecht Ich werd rechts den Zen mal versuchen abzuholen Habe Zen Habe Zen Wow, der hat mir eine ult gedodcht Oh man Digga, kurz nen lag gehabt, nen gottlosen Alter Okay Notiz an mich Wenn ich die Roadhog ult hab Dann nicht gegen die Wand schießen Weil alle Pellets nämlich an die Wand dotzen Dann hab ich nen ganz miesen lag Eins Ich mag ja halt das deutlich sein Auch das, das quasi Das hat, find ich Ja Das hat was Ja Ja Nehmen wir mal ein Name Roadhog mit 700 Leben ist halt schon was besonderes Ja Ja Ja, da hab ich nicht mehr dran gedacht Ich dachte, ich hab so diese Trank geführt Hat mal für dich Hanzo abgeholt Was macht Reaper dahinten? Ich bin da rein Oh, hi Genji Ich wollte Winston hooken und auf einmal war Genji bei mir Ich wollte Winston hooken und auf einmal war Genji bei mir Der ult ist noch nicht bereit, wie fies Du umfist Was geht? Der Arme Aber tot, der Junge Nimmst nen Tank Ja Zenhook Was? Hanse oben, ultet in uns irgendwie Den Westen In dem Zug mit dir Oh Gott, der ist einfach runtergegangen Ja, okay Aber du soll auch nicht Stroke strong sein Oh, Diva Hab ich gebucht Tod Zen Ja Nice Sieg Hab ich nochmal gebuchtet Ich mach ich Die Chugga sind dann hier nicht Als wenn ich das Besten nicht downflue Wie gut Ich glaub der Damage wurde mies für ah Neatrigger gemacht Kann die Mercy mich healen? Nee, kann sie nicht Wo ist die hingeflogen dahin? Wieso stirbt die eigentlich nicht? Durch was hab ich überhaupt gehealt? Was ist das Türste, Digga?! Ne Wenn ich ganz ehrlich hab gegen jede Forst, aber gegen keinen Fan gilt, oder? Bastion, das war die Bastion-Ult. Was ult jetzt? Muss ich das Auto drin jetzt, oder? Drei Sch- drei Schüsse hast du da. Von oben. Ja, ich mein aber auch genug wieder raus, dass ich's rein will. Achso, ne ne. Was macht der jetzt, der? Geil, hab mich verkickt. Hast du den genutzt? Ja. Ich hab Angst, dass Reinhard gleich ultet. Ja, mei. Irgendwo mein Ulf nur ist nicht. Der Bull hat nämlich Schrei nach mir gehauen. Haha, ich dachte es mir auch. Ich bin aber über die Map geflückt. Let's go. Ich bin echt kacke. Ist in uns. Fein, wir fangen ab, Fein. Alles raus. Ganz üüüse da. Uu. Man, ich werd nur rumgebounced von... ...Farah, von... ...Junker Queen. Alter. Die Masse, die da oben steht, die kriegen dann auch nicht weg. Eigentlich können wir jetzt einen Punkt einnehmen, ja. Tschüss, Junker Queen. Wollt ihr ein bisschen backen? Zumindest der Hamster auch noch? Maybe. Oh. Ist nur ein Vorschlag. Ich hau. Ey. Ich back nicht mehr. Oh mein Gott, hab ich da knapp überlebt. Nein, warum ist sie denn in mir? Haben wir eine Mercy, die mich resten kann? Nee, ne. Holt ihr. Ich glaub an euch. Holy shit. Werde ich grad weggeburstet von Junker Queen. Und boosted. Alter. Jule, was machen Junker Queen und Junkred... Äh, Junkred, Junkred, Junker Queen und Lucio. So einen riesen Schaden. Ich glaub wir verlieren das jetzt noch übrigens. Aber irgendwie fällt es gar nicht so auf, dass da ein Gegner weniger ist. Ein Gegner weniger? Achso. Ja, weil wir auch ein Gegner weniger haben. Nein, wie ist der weggekommen? Da kommen gleich Bastion, Mercy und sonst was angelauft durch den Gang hier. Warte, warte, warte. Ah ja. Wo ich gepinkt hab. Voll geil, dass man pinken kann. Ich hätte den auf den Dächern gewonnen. Wir werden mal fliegen, oder? Ja, geil, Bro. Holy shit. Einen haben wir? Ja, komm. Ich war full live. Wie viel Damage machte die Pharah-Ult? Ey, Lucio, Mann. Der stört irgendwie meinen Tod. Hallo da. Wups. Hö. Ja, chillig, Marcel. Ja, nice, ne? Hätten wir das auch geklärt? Das war dominant. ann. Das war es. Das war Heaven. Halw 我是 Drill. Vielen Dank.